Seit Tagen warte ich auf bessere Lichtverhältnisse, aber das scheint nichts zu werden. Also werde ich heute mal drinnen ein Tabletop-Unboxing machen. Und zwar habe ich vom Udo von Pensen Knives einen Brief bekommen. Das mache ich jetzt mal schnell auf. Ah, da ist es. Gutes Stück. Das sieht wieder sehr edel aus. Das ist wahrscheinlich ein Dreh. Ja, es geht zu drehen. Ah, okay. So funktioniert es. Schön, schöne Arbeit. Der gesellt sich jetzt zu dem anderen Stift, den ich vorher von ihm bekommen habe. Und dann werde ich einfach mal dieses Set zur Seite legen. Und stattdessen Auch das hier reinsetzen. Vielen Dank, Udo. Das ist ein wunderbares, schönes Geschenk. Also dann Tschüss, liebe Leute.